Das ist Anna. Anna studiert Biologie und Pädagogik an der Universität Würzburg. In den Semesterferien möchte Anna ein interkulturelles Training besuchen. Deshalb fragt sie sich im Vorfeld, was das Wort interkulturell überhaupt bedeutet. Bei ihrer Recherche stößt sie auf die Konzepte der Multikulturalität und der Interkulturalität. Sowohl Multi- als auch Interkulturalität können in Bezug auf den traditionellen Kulturbegriff gedacht werden. Laut Wolfgang Welsch geht Johann Gottfried Herde in diesem von drei Prinzipien von Kultur aus. Er spricht von ethnischer Fundierung, sozialer Homogenisierung und externer Abgrenzung. Das Prinzip der ethnischen Fundierung besagt, dass Kultur volksgebunden ist. Soziale Homogenisierung meint dabei eine Vereinheitlichung innerhalb der Kultur. Das bedeutet, dass Kultur jedes Individuum eines Volkes in gleicher Weise prägt. Das Prinzip der externen Abgrenzung besagt, dass jede Kultur die Kultur genau eines Volkes ist. Die Kultur eines Volkes lässt sich von der Kultur jedes anderen Volkes trennscharf abgrenzen. Anders der Begriff der Multikulturalität. Dieses Konzept geht von mehreren Kulturen innerhalb einer Gesellschaft aus. Diese Kulturen existieren nebeneinander und haben miteinander keine Berührungspunkte oder Interaktionen. Im Gegensatz dazu geht das Konzept der Interkulturalität von einer Interaktion zwischen den Kulturen aus. Interkulturalität entsteht laut Astrid Erl und Marion Gimnig durch die Kommunikation und Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen. Im Aufeinandertreffen von zwei Kulturen entsteht ein drittes, die Interkultur. Interkultur entspricht dabei weder der einen beteiligten Kultur A noch der anderen Kultur B, noch stellt sie eine Synthese der beiden Kulturen dar. Interkulturen sind etwas ganz Neues und weisen eine vollkommen neuartige, nicht vorhersagbare Qualität auf. Durch die Interaktion zweier Kulturen wird das Prinzip der externen Abgrenzung, welches bei Herder noch grundlegend für Kulturen war, verworfen. Kulturen können hierbei nicht als Gleichschaltungsmechanismen gedacht werden. Das heißt, dass nicht alle Mitglieder einer Kultur gleich sprechen, denken und empfinden. Kulturen in diesem Verständnis sind keine homogenen, nach innen abgeschotteten Container. Während traditionelle Ansätze von Kultur als etwas Einendem ausgehen, geht Klaus-Peter Hansen von fundamentalen Widersprüchen innerhalb von den Einheiten, die gemeinhin als Kultur bezeichnet werden, aus. Kulturen existieren in diesem Ansatz innerhalb aller menschlichen Kollektive. Unter dem Begriff des Kollektivs können dabei alle unterscheidbaren Gruppen von Menschen gefasst werden. Außerdem kann ein Mensch nie nur einem Kollektiv zugeordnet werden, sondern ist im Sinne der Multikollektivität mehreren Kollektiven gleichzeitig zugehörig. In allen Kollektiven herrschen Vielfalt, Diversität, Heterogenität und Widersprüche. Differenz wird so zur Grundlage für die Erzeugung des Individuellen. Kultur ist in diesem Sinne laut Stefanie Ratje ein Vorrat unterschiedlicher Angebote, der im Kontakt mit den Individuen seine individuelle Ausprägung erfährt. Unter einem Vorrat an Angeboten sind Traditionen, Werte, Gewohnheiten, Einstellungen sowie jede andere Art von Standardisierungen gemeint. Zum Beispiel kann der Vorrat an Angeboten in der deutschen Kultur unter anderem die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands und die Tugend der Pünktlichkeit umfassen. So wird ein Mensch, welcher der deutschen Kultur zugerechnet wird, zwangsläufig eine Haltung zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands entwickeln. Diese Haltung ist dabei individuell. So verhält sich ein Deutscher im Ausland in einem Fall so, dass er seine Herkunft verbergen will, ein anderer geht vielleicht geradeaus trotz mit schwarz-rot-goldenem Sonnenhut spazieren. Durch beide Verhaltensweisen kann er für andere als Deutscher erkennbar sein. Außerdem hat ein Zugehöriger der deutschen Kultur ein wie auch immer geartetes Verhältnis zur Pünktlichkeit. Dies zeigt sich beispielsweise bei Verspätungen von Bus und Bahn. Während sich die einen über die Verspätung echauffieren, fallen andere gerade durch ihre Akzeptanz auf. In beiden Fällen jedoch beschäftigen sich die Menschen mit der Pünktlichkeit des Verkehrsmittels. Allerdings muss dieser Vorrat divergente Angebote innerhalb von Kulturen endlich sein und sich daher notwendigerweise von Kultur zu Kultur unterscheiden. Die einzigartige Ausprägung des Vorrats unterschiedlicher Angebote innerhalb eines Individuums verweist somit auf dessen kulturelle Zugehörigkeit. Kultur wird in diesem Sinne nicht mehr als das Einende, sondern als das Verbindende gedacht. Jeder Mensch innerhalb eines Kollektivs und damit einer Kultur ist unterschiedlich und einzigartig. Dennoch existiert paradoxerweise ein beobachtbarer Zusammenhalt innerhalb von Kulturen. Kulturen erzeugen Normalität. Kultur ist dann vor allem durch die Bekanntheit von Differenzen gekennzeichnet. Beispielsweise erkennen Zugehörige der Kultur der Fußballfans deutscher Bundesligisten die Vereine an ihren unterschiedlichen Fangesängen, während dies anderen Menschen nicht gelingt. Überträgt man diese Vorstellung von Kultur auf das Konzept der Interkulturalität, lässt sich ableiten, dass Interkulturalität sich durch Unbekanntheit von Differenzen auszeichnet. Eine interkulturelle Interaktion muss dann als Interaktion zwischen Individuen aus unterschiedlichen Kollektiven aufgefasst werden, die aufgrund mangelnder Bekanntheit des jeweiligen Differenzspektrums Fremdheitserfahrungen machen. In der interkulturellen Interaktion fehlt demnach die für Kultur spezifische Normalität. Durch interkulturelle Kompetenz kann diese Normalität hergestellt und somit eine gemeinsame Kultur erzeugt werden. Interkulturalität zeichnet sich in diesem Fall nicht durch ein geheimnisvolles Drittes aus, sondern bezeichnet die fehlende Normalität im Aufeinandertreffen Angehöriger zweier Kulturen, die zu Fremdheitserfahrungen führt. Anna kennt nun den Unterschied zwischen Multikulturalität und Interkulturalität. Während Multikulturalität von Parallelkulturen innerhalb einer Gesellschaft ausgeht, unterstreicht Interkulturalität gerade die Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen. Anna freut sich nun auf das interkulturelle Training. Sie fragt sich dahingehend, welche Schwierigkeiten in der interkulturellen Begegnung vorkommen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017